Servus! Zicke-zacke, zicke-zacke, hoi, hoi, hoi! Seid's gut drauf? Hab's Lust, ein bisschen zu baden? Ich bin so einsam hier am Pool. Nach ein paar Minuten. Ja? Super. Alles klar. Bis gleich. Servus! 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 Servus, alle. Servus, Servus. Servus. Servus, alles klar. Servus. Servus. Ich hab ein Problem. Ich hab ja gesagt, ich wollte eigentlich gerne planschen mit euch. Ja. Meine Beine sind zu kurz. Das macht nichts. Wenn es nur die Beine sind, die kurz sind für dich, dann geht's ja. Geht's euch gut? Noch, ja. Besser. Wird sich gleich ändern, oder, mit dir? Seh ich so schlimm aus? Nö. Ich hab mich extra frisch gemacht heute. Extra wie du? Na eh, schön. Ist das gut? Ja, das ist gut. Danke sehr. Prima, danke sehr. Sing mal ein. Habt ihr Lust? Ja. Achtung. Das kenn ich. Immer los, oder? Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz schiebt. Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz schiebt. Und sich alles um die Maden dreht. Und sich alles um die Maden dreht. Wenn sie ihre heißen Dirnden zeigen. Wenn sie ihre heißen Dirnden zeigen. Und wir buschen uns die Augen ein. Und wir buschen uns die Augen ein. Auf geht's. Jetzt ist wieder soweit. Auf geht's. Zeit wird nichts mehr. Komm, zeig mir noch. Besser E, Besser, Besser, Besser. Rock me, halt noch. Kommst meiner Brüder, lieber Ola, was ist denn lieber? Rock me, halt noch. Schau mir in die Haut ein. Das ist der ganze Final Rugby, halt noch. Gradium, Gradium. Bis das Land vom Tauschen wünschen, 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 wünschen. Wenn ihr trotzdem kalt im Wasser schwitzt. Und ihr trotzdem kalt im Wasser schwitzt. Ja, dann wird euch allen Sonnen klar. Ja, dann wird euch allen Sonnen klar. Mit dem Karl zu baden ist wunderbar. Mit dem Karl zu baden ist wunderbar. Auf geht's. Jetzt ist wieder soweit. Auf geht's. Halt hier nichts bereit. Komm, zeig mir noch ein bissel. Ich ist ein bissel, bissel Rock me, halt noch. Tanz bei Brüder, lieber Ola, was ist denn lieber? Rock me, halt noch. Schau mir in die Haut, weil du bist ein ganzes Final Rock me, halt noch. Gradium, Gradium, bis das Land vom Tauschen. Schönenlich, schönenlich. Dankeschön. Schädelweh, 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 schädelweh. Schädelweh, schädelweh. Ich komme mir ein bisschen einsam vor. Du hast mich schon nass gespritzt, das habe ich gemerkt. Ein bisschen. Pass auf, wir haben uns vorbereitet. Oh. Oh. Juhu. Oh. 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 Kastik, Leute. Jetzt kannst du eigentlich bei uns direkt anfangen. Original, ein Euro-Shop. Du siehst ein bisschen aus in Bayern wie ein Wolperdinger. Kennst du Wolperdinger? Ja, freilich. Das ist der mit der Herrland, glaube ich. Das sind ausgeschoppte Tiere, die aus vielen verschiedenen Tieren ein ausgeschopptes Tier gemacht werden. So sieht es ein bisschen aus. Oben ein Kölner und ein Wannabe-Bayer. Hierfür müsste auch einer sterben. Ja, nur einer, oder? Waschbär. Aber ihr seid ja sehr tolerant. Ja, absolut. Dann fachst du Folgendes dazu. Das gehen wir jetzt noch mal. Ander oder Burm? Für dir? Nee, egal, solange die Welt sich mit dir dreht. Es geht Vorschritt nach links und dann vorneu nach rechts. Stopp! Moment! Zwei Schritte nach links, das muss ich jetzt. Das kann ich nicht so. Das musst du mir zeigen. Was ist los? Ja, was ist los? Was ist los? Okay, jetzt mach du das. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ganz einfach. Okay. Das ist los. Das ist los. Das ist los. Ob du vom Süden oder Norden kommst. Ob du rockst oder das Alp von Bläst. Ob du auf Madeln oder Burm stehst. Madeln? 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 So here you come as you are, you're perfect like this. All right, let's do it. Hand, hand, hand. Alle fahren. Alle in der Leyen. Linke Hand oder rechte Brust. Alle fahren und dann nach vorne springen. Hopp. Ja gut, so hopp. Okay? Also raus. Seid ihr soweit? Okay. Seid ihr soweit? Alle mitmachen. Alle mitmachen. Du kannst einfach weitergehen. Aber wir probieren das. Der Schritt immer weit nach vorne machen. Ausfallschritt nennt man das. Einfallschritt. 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 Das war jetzt sehr einfältig. Auf geht's? 'm gonna stop the date. Dame ách jag gleich drei mal, mach ich dir! D когда kommst du? Dame quoi? Die geilste Kur auf der Welt ist diese Wiener Liese Die ganze Lohre auf der Theresienwiese Die ganze Lose auf der Liese Die ganze Lose auf der Theresienwiese Die geilste Kur auf der Welt ist diese Anneliese Wie macht man ein Wiesnitz? Wie macht man ein Wiesnitz? Schwierig Wie schafft man das ein Wiesnitz? Ich glaube es ist gut wenn man etwas hat Wo die Leute etwas mitmachen Wie unser Anneliese-Move Und etwas was wahnsinnig eingängig ist Dass man es auch nach zwei Maßen noch singt Ich bin ja mehr so altmodisch Ich hatte mal das auf der Wiese gehört Ich glaube wir haben ja auch einen Wiesnitz Ich bin ja auch ein Wiesnitz im Zähler So fesche Lady Killer Ich glaub nur in die Runde Wenn sie die Waren gut Doch ich bin ja auch ein Wiesnitz 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 Und da bin ich natürlich mit der Pasta Sehr verbunden Aber da sind mir die Kölner schon sehr nah Und dann hat er zwar so ein bisschen Feindschaft Aber ich seh das gar nicht so Weil überall wo man gut feiern kann Kann man auch zusammen feiern Das finde ich tatsächlich ganz wichtig Und dasselbe ist ja mit der Musik Und wir haben ja zusammen mit den Paarweihern Eben durften wir zusammen Leve Marie aufnehmen Als Duett Und da wollten wir einfach mal zeigen Wie vielfältig Volksmusik Oder einfach Mundartmusik sein kann Und da ist auch ein Bayer mit einem Kölner Und gemeinsam zusammen Mundartmusik Das kann passen Eben Was für ein Stichwort Leve Marie Ich bin kein Mann für eine Nacht Leve Marie Das habe ich noch nie mehr wahr So Leve Marie Es muss die wahre Liebe sein Für eine Nacht bleib ich lieber allein 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 Und ich kann dir noch Wenn du mal nicht weißt Wie die Nummer enden musst Oder wenn es jetzt einfach nicht läuft Hey Am Ende nur Okay Einmal so Und dann ist alles gut Und dann ist alles gut Kein Problem Der Karl hat sicher was dabei Schauen Sie haben das Auto geachtet Ja Das ist ja nicht Vox-Glock Das ist ja nicht Vox-Glock Das ist ja er Das ist ja er Du musst das ganz trabbar bleiben Ich bin noch Ich bin noch Ich bin nicht Vox-Glock Ich bin noch Ich bin noch Kommen Sie zu mir Dann können wir das besprechen Das ist ganz unangenehm Lieber Qual Deine Zeit kommt doch Sie machen mich sehr sehr traurig Weil ich liest an der Lederhose Mögen Sie meine Hose nicht Sie hat gedacht Sie gehst zu uns Sie kennt meinen großen Hit noch nicht Ja eben Der kommt jetzt Pass auf Wir haben einen Text aber da Oh Danke Das wird ein riesen Hit Karneval Wart ihr bereit? Sicher Ja okay Ich bin super alt Nein Ihr alle kennt ihn nicht Aber einfach trotzdem mit Ja Ja Jawohl Ich liebe Pizza Ich bleibe immer toll Ich brauche nur Pizza Weißt du rein mein Turnier Es schmeckt Du mag mal scharfe oder heiß Man zeugt Ja 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 Es ist ein bisschen spinn Ich bin super alt Wir haben einenigen Das wird ein bisschen spinn Ein bisschen spinn Ja! Ihr seid's! Toll! Dankeschön! Jetzt musst du... Ja! Und? Hoppla! Wird ein Hit, oder? Mega! Cool! Wollen wir ein neues Album drauf? Das ist aber gut! Appetit! Appetit! Das heißt, die Pausen sind richtig gut. Also Lieferservice bewirbt sich bestimmt dafür. Ich habe Nicole gefragt, ob sie das Lied Ralf Siegel zeigen würde. Sie sagte... Nein. Das ist aber unverständlich eigentlich. Wir können sie ihm zeigen. Wir kennen Ralf auch. Ihr ladet euch immer auf eine Pizza ein. Voll Glitzer. Scharf und heiß. Genau. Vielen Dank! In den Pool! In den Pool! N RS1! N RS1! Mannsdruck mitiiiiliiiiiiiiii! Mannsdruck mitiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIi! Vielen Dank.